Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3 in Boston. Einen kleinen süßen Unni, hallo Unni. Ja, so ein kleines süßes Schnuffi. Ja, wir stehen jetzt gerade eben ein bisschen anders als in der letzten Folge, weil ich das Spiel beendet habe und wieder neu gestartet habe, weil wir heute schon einen anderen Tag haben. Ich möchte mich eben fast dafür entschuldigen, dass es jetzt die letzten paar Tage kein... Oh, hä, was ist ein paar Tage? Ich laber wieder Kacke. Das ist, ähm... Ach, Kamera. Das ist... Nicht Kamera, Quatsch. Egal, ich kann kein Deutsch. Dass es gestern keine Folge gab, das lag an meiner Unfähigkeit daran... Nein, eigentlich nicht an meiner Unfähigkeit. Es ist wieder die Bahn des Schuld. Weißt du, Menka, ist schon wieder passiert. Äh, Spiel? Läufst du noch? Spiel, Spiel, Spiel und ich bin wieder da. Juhu. Also, ähm, ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, es schneit wie bekloppt und damit hat die Bahn natürlich wieder nicht gerechnet. Hätte man echt nicht wissen sollen, so... Puh, Schnee im Winter ist natürlich überraschend. Deswegen, äh, ja, ich bin da eine Weile rumgetuckert, wie... Bitteschön. Wie ein Vollhorst und kam nicht dahin, wo ich hin wollte. Zumindest sagen wir mal nicht in dem Tempo, wie ich es wollte. Boah, Hilfe leckt das. Ich glaube, ich muss mal mit meinem PC abgehoben. Es tut mir echt furchtbar leid. Ich muss da gucken, weil ich mich drum kümmern werde. Ah, ist schon ein bisschen ätzend, ne? Ist alles so ein bisschen langsam, ein bisschen sonst noch was. Ah, na ja. Danke. So. Ist super überbracht. Das ist schön. So, dahinter haben wir noch einen Brief. Ja, ihr seht schon, wir machen gerade auch mal kurz diese Brief-Nebenmission. Na, warum auch nicht? Wir waren ja so aktiv in der Story drin, jetzt in den letzten paar Folgen. Kann man sich mal erlauben. Oh, ich meine süße Wuffi. Hallo, Wuffi. Hallo, ja? Also, wenn es irgendwie... Ich glaube, hier wäre es auch so, dass wir ein Achievement oder so. Wenn es ein Trophäe gäbe oder ein Achievement für Hunde streicheln, dann hätte ich das schon längst. Ach, so ist es ja. Ich verfixt das mal wieder. Ach, ja, ach, ja. Nein, ich finde sie super süß. Ich finde es auch super süß, dass man den ganzen Tieren interagieren kann, dass die dabei rumlaufen und alles. Ich finde es super. Oh, guck mal, hier geht es wieder mit, äh... Na, hier lächst du überhaupt nicht, weil ich weiß, wie viele Leute sind gerade. Ja, die weißen Nerven. Die gehen mir auf den Keks. Die, die... Ja, das nervt. Die, die... Die, die... Boah, nee. Danke. Wir nehmen das. Tschüss. Juhu, 500, äh, was ist das? Pounds haben wir jetzt erhalten. Wui. Ist ja alles hier. Great Britain reich und alles, ne? Blablabla. Hey, ich will nur noch sich zum Besuchen, ja. Lass mich in Ruhe. Oh, scheiße. Wui. Ja, das ging vermutlich auch besser, aber mir ist ja auch egal. Ja, ich finde, wir können uns auch ein bisschen hier mal so ein Boston kümmern und alles, was so rundherum ist. Uh, ich hab'n Adler gehört. Ne, irgendwie sowas. Ja, können wir uns ein bisschen um die paar Nebensachen. Es geht auch schon gleich mit der Story weiter. Dann komm ich hier nicht hoch. Ah, jetzt. Wui. Und? Pa, 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 pa. So. Moment einmal. Ich muss ganz kurz, äh, Pause machen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Taut auch gar nicht weh. Äh, um ehrlich zu sein, hatte ich hier noch irgendwie auf dem zweiten Bonitor noch eine PDF offen. Und irgendwie hat sie sich geöffnet, während ich gespielt hab. Und das hat mir die Sicht auf der DASD verdeckt und bla, 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 bla. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist alles in Ordnung. Ah, was können wir denn noch machen? Warum sollte ich denn den Aussichtsturmen hier machen? Oder hätte ich dann mehr so hier noch? Puh. Wir müssen eh da hin, ne? Dann könnte ich ja mal noch den da mitnehmen. Warum denn auch nicht? Uah. Wir müssen ja eh in die Richtung. Können wir auch mal wieder. Genauso wie in Assassin's Creed 2. Unseren Obligatorische, zwei Aussichtstürme pro, äh, Entschuldigung, zwei Aussichtstürme pro Folge machen. Und dann, ne, sind wir auch schon auf guter Fahrt, für mich in, von einer guten Schiene. Wui. Und könnte ich jetzt schon, ist der Fall der Schwachsinn. Ich muss da hin. Das ist natürlich ein bisschen was. Wui. Ach schön. Wui. Ah, ja, diese Baxchen, ne? Das ist wunderbar. Der ist gerade eben voll im Dach besuchen. Ich denke, ihr habt's gesehen. Wenn nicht, dann ist Kurt mal ein paar Sekunden wieder zurück auf YouTube. Das ist ja ziemlich möglich. Äh, so, mal gucken, komm ich darüber, komm ich darüber bestimmt nicht. Ach so, naja, gut, geht's auch. Warum auch nicht? Na, komm, zack, zack. Tschakalaka. Und schön hoch auf den Aussichtsturm. Ach ja, ja, auf jeden Fall, äh, noch mal Entschuldigung für die fehlende gestrige Folge. Aber ich kam halt einfach zu gar nichts Ihr könnt euch bei der Bahn beschweren oder so Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber Ich denke mal nicht Epischer Shit Schön, gut, das können wir auch direkt Denk ich mal weitermachen mit unserer Hauptline Aber wir können uns irgendwie reden, ne? Ist es da drin? Ah, das ist da drin Ja, das können ein andermal machen, ist es schon in Ordnung so Das ist schon in Ordnung so Das dauert auch ein bisschen, was ist es wegen, vielleicht ein andermal Hey, Hühnchen, kann ich hier auch interagieren? Ja Ja, guck mal, guck mal, guck mal, hier, bis du bist du futtern Ja, bis du bist du futtern Ja, das ist super Auch mit Führer kann man interagieren, es ist alles super fair und sehr süß gehalten Mhm, okay, okay, na egal Ah, ja, schön, Boston Wow, Huni, 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 oh, die sind so süß Ich nenne es immer, wie ich sie nicht aussprechen Na, unter Hey, da Storbrief, 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 Storbrief Komm, wenn wir schon in Amerika sind, Storbrief Ich glaube, ich bin britisch-englisch auspacken, aber das ist ja nicht so gut So, da sind wir endlich Hier haben wir auch letztes Mal, äh Hier haben wir auch letztes Mal aufgehört Und, äh, dann machen wir einfach weiter, ne, Charles Boah, der sieht so durch aus, ey, voll der Gangster, ne Steht der da so hier angelehnt in der Wand Nice, yo Voll cool Oh, kaputte Nase Johnson erzählte von eurem Plan Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht Oh, wow Sein Name ist Simon Fletcher Was ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer Über die Hälfte sind Rotröcke Nur für ein paar Sklaven Ha, 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 kaum Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen Und er leitet das Southgate vor Hm Interessant Aha, alles klar Pitca, also, der gute Johnny Den müssen wir finden Mal zu ihm hin oder sowas Laden, 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 laden Ah, da Ey, hier sind aber Einige, einige Rotdrücke, war Wo sind wir überhaupt? Wieder völlig, ach, wieder Irgendwie völlig anderen Teil von Boston Warum auch nicht? Ich schnappe mir mal ganz kurz den Aussichtsturm Und breche meine eigene Regel Äh, aber auch nur, um einen Punkt mehr zu haben In der Umgebung irgendwie Wo ist das hier so weit weg? Ach, komm Ach, komm Wenn ihr was für euer Geld sucht, dann sucht nicht weiter Ach, irgendwie, danke Ich weiß schon, was ich mit meinem Geld mache Ich behalte das mal Wir haben voll, voll wenig, merke ich gerade Wir haben auch nicht so viel gemacht Die Kuriermission hat uns das meiste Geld eingebracht Aber daran arbeiten wir dann auch An unserem assassinigen Dasein Machen wir schon eine Menge Kohle Wir scheffeln das Geld wie nix In Nullkommanix sind wir Millionäre Aber nein, das ist ja nicht unser Ziel Wir haben ja ganz andere Vorstellungen Und, na, ich komme da natürlich nicht hoch Ah, aber wir haben ganz andere Vorstellungen Und Ziele von der Welt Und, äh, was wir alles machen müssen Hm, ja, so, so schaut es aus Komm ich denn hoch? Ach, da, okay Die, 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 die Ich geh da hoch, glitter hoch Ich geh da hoch, glitter hoch Yeah, ich bin ne kleine, ey, nur mich glitter auf den Turm Ich geh da auf den Turm Ich geh da auf den Turm Ich geh da Wo hat er sich denn? Ach, so, da hält er sich fest Das sah voll komisch aus, gerade Ich geh da auf den Turm Auf nen Kreuz So Und synchron nice This is so nice Ja, schön Das ist doch mal Fesch Einfach nur fesch So Dann stütze ich mich mal darunter Uh, da ist ne Truhe Oder so Was seht ihr da? Was ist der Kartoff? Oder so Nördlich von mir? Da oben Oh, Wachhunde Ja, Wachhunde sind natürlich nicht so cool Oh mein Gott Das wollte ich gar nicht Ah, ich dachte Ich hau ihn vielleicht oder so Oh, ich hab nen Hund getötet Nein Oh, mir leid, Hundi Oh Gott, ich hab immer ne Truhe Verdammt, das hätt ich auch anders machen können Nein Das hab ich so nie Äh, link Oben Unten Ah, da Mist Was? Ich hab's doch Da Ah, das ist mit der Maus ein bisschen doof Ne Ich hab sie doch gar nicht bewegt da in In diese Richtung Nach links, rechts So, ich halte So, jetzt bewege ich es echt nur noch Alter Ich geh ein, was soll das Links So, guck mal Jetzt bewege ich es nur noch Oh Pure Konzentration Okay, Momenten Äh, das kann doch nicht dein Ernst sein Alter, komm jetzt Keine Faxen machen, Hatem Ich war schon die ganze Zeit richtig Hä? Hallo Ist nicht so schwer Okay Warum finde ich es jetzt nicht mehr Und wenn du da hast du gemacht Hast du da klick gemacht Da Du hast doch klick Boah, nö, kommst du was Obwohl, wenn ich das jetzt abbreche Dann kommt der Hund wahrscheinlich Dann wird das Spawn dann Spawn dann wieder Oh, aber die ist die Truhe Die haben auch nie, glaube ich, getötet Ach komm, mach ich mal Das wird nochmal ganz Moment So Nee, nee, rechts Rechts, rechts, rechts Passiert nix Rechts, jetzt macht so klack, es passiert nix Okay, dann links Links Er ist die Gefundheit, ich bin mich ja nicht so So Na, ich mach doch überhaupt nichts mit der scheiß Maus So, pass auf, so Ich mach nichts mit der Maus, ne Ich bewege die jetzt nur nach oben Ne, kennt ihr noch durch den Attack und so So Ich bin nicht wieder im Erdboden Danke, äh, Halem Und Sequenz 2 Der Soldat Was ist euer Begehr? Neuer Rekord Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da Mhm Ja so Habt ihr vergessen, so Ich stehe unter Befehl von General Brad Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich Uh Okay Na dann, äh, ab, ne Und so Wo auch immer wir gehen Immer schön den guten alten Charlie folgen Der hat ganz gusige Kontakte Nö, Charlie Tja Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr eure Ankunft bliebe unbemerkt? Lass mir bitte eine Erklärung Aber natürlich Ich würde zu gerne eine hören Ich bin nicht desertiert, Sir Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel Und euch bleibt der Galgen erspart So etwas habt ihr Ist aber nicht so nett Die Natur meiner Arbeit, Sir Sie Sie wird besser nicht zu Papier gebracht Hey, Them General Bradder Ich sollte wohl nicht überrascht sein Wölfe wandern oft im Hodel Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk verbracht ist Zweifellos das Werk des Teufels Naja Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen Von diesem Verräter war nie die Rede Den bekommt ihr nicht Edward Seid doch vernünftig Wir sind hier fertig Geleitet die Herren hinaus Okay Ich finde den ja nicht so nett Den auch nicht Dann gehe ich halt Dann Das Fällt mir auch nichts mehr zu einem Nicht wirklich Uh, wir haben einen Plan B Jetzt bin ich aber gespannt Master Pitcairn zu entfüllen Ich werde es sehen Nun Wenn ich das Signal gebe Denkt die Braddox-Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse Okay Okay, okay Na, das will ich jetzt sehen Hey Charles, wo rennst du hin? So, ich gehe mal ein bisschen was schneller Wie auch immer man das jetzt sieht oder nicht Aber ich mache einfach so, komm Äh, so, wir müssen jetzt einfach vollen Und müssen wir machen Wo sollen leichter die Marber? Nein Wir wollen uns im Zufl Was mit Lenn oder Schiff tut Ja, den Neuankömmlingen steht das Ähm Red doch mal ein Satz zu Ende Gitter Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das optionalen Missionsziel hinkriegen Das ist, äh, ne Ich bin ja bekannt für Unauffällige Attentate und Verfolgungsjagden Ja, schön hier in die Gruppe rein, ne Ganz unauffällig Ich finde das auch ein bisschen fies mit den Gruppen Wie man, ob man das hier sieht oder nicht, ne Was euch auch gefallen ist, ist in Assassin's Creed 3, ne Sonst wurden wir in Assassin's Creed 2 immer so ein bisschen grau unterlegt Alter Aber hier hat man so einen lustigen Also ja, diese lustige Animus-Animation Und dann noch diesen Punkt über dem Kopf Als Zeichen dafür, dass man in der Gruppe steht So wie jetzt bei mir Bin ein bisschen komisch, aber, wenn sie meinen So wie sind wir, wie die Unauffälligkeit in Persona Ja, komm Wie war das, das Signal? Wie war es so fast? Ach, tatsächlich Ha, tatsächlich Er läuft Diebe und Halunken seid ihr allesamt Ich spucke auf euch und euren Krieg Ach ja, nett Das ist eine geile Aktion Gut, hey them Na, weiter geht's, ne Mit deinem Plan Deinem glorreichen Lee folgen Ja, super, dass ich hier hochklitter Das wollte ich gar nicht Geh runter So So Hilfe, die sind auch schnell Ah, komm ich hier runter Ja Nice Ach, da sind wir schon Nein Lee Charlie Ach Lasst uns gehen Und schon Pitcairn mit uns Meine Autorität lasse ich nicht untergraben Ja, doch Schickt sie alle in Ketten Jetzt wird's episch Ein Fight Mann gegen Mann Wie war es mit Mann gegen Mann? Ach, ich vergiss aber, dass das mit E-Punktionier bauert Keine Waffen Ja, verpasst, dass ich den nicht benutzen habe Oder so Okay Wie er spricht das, wenn ich vor allem was, 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 was passiert Ach, komm, paf Geh mir in der Schaffenskette Zack, zack Uah Paf Was ist das jetzt in Filmnütze? Komm, ey, um, um, komm, der Rhythmus ist ja gestrickt werden Und ey, dein Kind sitzt falsch Pa, paf, und Ja, hallo Und was sagst du jetzt? Ich zügle meine Hand, weil ihr als mein Bruder wart Und ein besserer Mann dazu Doch kürzen sich unsere Wege wieder Ist alle Gnade vergessen Ihr seid Freitag Verräter, geht ruhig Schließt euch diesem Narrenplan an Und liegt ihr irgendwann geldbar? Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg Der labert da noch hinten was Da hört schon keiner mehr zu Ach, soll der doch Ist mir doch egal Ich hab hier meinen anderen Plan Ach, klasse So, Systemnachricht Wir haben ja eine neue E-Mail erhalten Ja, das ist natürlich fein Zieh ich euch mal eine Karte? Ach ja, genau Hier, alles gescheitert Natürlich, ich weiß Ja Ja, ich bin ja nicht so Ihr wisst schon nicht so der Der, die Frau der genauen Taten Ja, ich hab das ganz gut gesagt Gut, gut, gut Hui Ja, boah, es ist so leer bei uns Es ist schon krass, ne So Diesen wenigen Aussichtstürmen und alles Wir können irgendwie Spielchen spielen Das heißt, die Truhe, die wir vergeigt haben Die ich vergeigt habe Ja, ich finde aber an dieser Stelle Können wir jetzt schon mal Schluss machen Ich hoffe, die Folge ist nicht zu kurz für euch Ich denke, es reicht aber auch erstmal War ja schon fällig genug heute Und man sieht sich dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3 Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann Tschüss Vielen Dank